Jeder will etwas, wenn man etwas hat. Und Dank ist der Weltenlaune. Die Klurhex, und wie heilig es er tut! Die ließe ich mal einen Kapu an. Wir haben uns Vertraut gemacht. Das bleibt ewig. Wie schaut es dir so? Ich kann nie etwas für dein Schlechtes wissen. Hey, du tust dir selber um den Klurenfünger wickeln. Ja, alles heisst ja nun verrückt nach dir. Die ist alle da oben, ein weißer Seher! Ah, Schlappenlisse! Was ist da mit dir und dem Jogel Krust? Gut? Ja, das bringt mich alles nur um. Hast du ja von uns am Garten ausgerissen, wenn der ist der Vater, der schlägt dich. So lange ich den Gräschwinderer war da in Thals, haben die Leute noch Respekt gebt. Und vielleicht so ist mir der Klaas Lenzi dran gekommen. Ein Stahlfakt, da kannst du dich bestimmen. Und das Gesetz hast du hinter dir. Soll ich mir noch eine Familie? Wenn, sind wir das letzte Mal am Tisch gehockt und haben ihn jetzt in die Augen geschaut? Ja, das ist ein Buch von einer ganz besonderen Art. Ja, die Worte magischen Bilder sein. Das ist das Buch, das muss ich haben. Aber, Kadabra, hoher Geist, steig herab zu mir und sprich mit mir! Ich bin schon da! Was tust du denn da, du alte Hex? Was ist da mit dir und der Krust, he? Ja, der Krust. Ich weiß, du bist alle ja, wenn der was braucht! Und der Krust was braucht, du bist alle ja! Ja, ich habe gesehen, wie jemand das Gewehr auf den Tisch geriet hat. Und dabei hat man aber gar nicht einmal gesehen! Du mit diesem Scheitbuch! Das ist passiert! Da hat es kracht in diesen Balken! Und der Erwendgeist ist der Maschine! Hinter von den Rotzen! Urgebeik und den Engliger! Was hat das Gewehr? Der lauter Schreck hat das Falle geriet, er mich schon angraut. Du reitest in den Lepasier! Was tust du denn da? Insel Wappetier! Das ist Hochverrat! Nein, das ist mein Vogel! Jetzt, mach dein Schicksal nie, zum Handklang! Ja, ja, wenn man lesen kann, dann kann man wissen, was drinsteht. Aber vielleicht, wenn man es weiß, ist der ganze Zauber dahin! Und wer schießt denn so genau mit des Teufels Hild? So, und jetzt denken Sie drüber nach und gehen zu! Mit gereinigten Herzens! Es ist ein umfassbare Ereignis der Provokation zum heiligen Anlass, und wer mit der Wahl zum Talfogt in keiner Drittel stellen! Der treibt etwas Spiel mit mir! Ja, kleine Hex! Jetzt? Hier? Hier? Auf der Stelle? Weisst du mein Mann? Jetzt ist Krieg! Jetzt hat der Schlacht angefangen! Wer war's denn? Ob das überhaupt mein Fleisch und Blut ist? Für das ist der Schicksal nicht zu weit! Ja, Margarita! Schaut runter in so zwei Männer! Schaut runter in deine Hände! Seid runter in deine Hände! Seid jetzt morgen, was du da hast! So, bist du wohl geschehen zum Mistführer, was? Lars Lenz, in Vertretung der Öffentlichkeit des Körner Drittels untersage ich dir in aller Deutlichkeit, die für dahin Tatkönigsmänner. Die Leitner in der Meer, so. Willst du gegen den Windbrunzen, nachher sagst du dir ein Salber an? Lars Lenz, es liegen jede Menge schwerwiegende Verstöße gegen dich vor. Weißt du, warum sie die gewählt haben? So, sag halt! Weil du hier bist, Krust. Ich kann sie jederzeit wieder anholen können, vom H-Kross. So viele Boas sind eine Hilfe aus Holz. So viele Boas sind sie, du und du! Wer kennt denn noch von so einer Idee? Der Kastur von der Union hat man aus, aus in den Nerven. Haha! Das ganze Jahr, da halten wir den Druck, von heim, von jahr und jahr. Verkehrt ist die Welt, du möchtest uns auch schneller. Wenn's weiß ich, Streitern, Fritzi und Ritter, weiß. Aber nicht mehr alt, wenn's weiß. Wenn's weiß ich, Streitern, ist ein ungeschuldiger Ritter. So wird bei Ihnen, zwei Pickelern, wie es in die Hände hermachen, nach dem Kumpen. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha!